Musik Hier kommen die besten Nachwuchssportler im Turm. Beim 26. Internationalen Junior Team Cup treten 120 junge Athleten der Altersklassen 12 bis 18 aus aller Welt an und zeigen an 6 Geräten, was sie drauf haben. Der Berliner Turn- und Freizeitsportbund ist als Ausrichter des Wettkampfes, der weltweit mit zu den größten Juniorenwettbewerben zählt, besonders stolz auf die vielen Nationen, die antreten. Wir haben jetzt hier wieder ein sehr internationales Starterfeld mit 28 Mannschaften aus insgesamt 16 Ländern. Nicht nur aus Europa, selbst die USA ist mit der Nationalmannschaft hier aus dem Nahrungsbereich vertreten. Also es ist ein sehr hochkarätiges Feld. Teil des US-amerikanischen Teams ist auch Alex Dügler. Er ist extra aus Florida angereist und hat große Ziele für den Wettkampf. Mein Ziel war es, als Team und an den Geräten den ersten Platz zu machen und einfach Spaß zu haben. Und das ist dem 16-Jährigen gelungen, denn er gewinnt nicht nur Gold und Bodentouren, sondern steht auch bei seiner Lieblingsdisziplin Dreck ganz oben auf dem Treppchen. Sichtlichst erfreut ist auch Nils Lennert über seine Leistungen. Für den jungen Berliner ist der Junior-Team-Cup immer etwas Besonderes. Es macht immer Spaß, diesen Wettkampf zu tun, für mich auch, weil es ist ein Heimwettkampf für mich. Ja, hat mich schon immer Spaß gemacht, der Wettkampf. Es ist eine super Halle, super Geräte auch. Diese Euphorie zeigt sich auch in seiner Performance. Und so kann sich Lennert an seinem Lieblingsgerät, dem Pausenpferd, aufs Treppchen schwingen. Die Sporthalle im Sportforum Hohenschönhausen ist beim 26. Internationalen Junior-Team-Cup nur so mit Siegerlächeln gefüllt. Der Berliner Turn- und Freizeitsportbund hat es geschafft, die besten Nachwuchssportler aus aller Welt zusammenzubringen und ihnen eine Bühne zu geben, auf denen sie sich wirklich zeigen können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017